Willkommen hier in der zweiten Metze Power League ja zu den ersten Spielen von Pogonstätin und Paris Paris daheim, Pogonstätin auswärts Mitarbeiter Frank immer Grüß dich Paris, die haben sich durch die Cup Woche ja positiv gestimmt Pogonstätin leider ausgeschieden Ja, die können sich jetzt voll auf die Liga fokussieren Oha Ja, es ist ein Mittelfeld, Duell 6. gegen 7. in der Liga Ja 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 Sie bekommen hier irgendwie den Ball nicht ganz so weg Oh Aber was wird das? Schade So Ah das weg sind doch in der licht habe ich befürchtet die kapitän hat auch zusammen gekracht oh gottse dank viel zu verrückt gestartet alles noch heiß nichts zu kämpfen nichts zu kämpfen hallo spaß macht Spaß h h h h h h h h ja halbe Stunde um richtige dominierende Mannschaft gibt es keine rauszulesen aktiver ist meiner meinung nach aber oh oh paris ach schwer hätte der jetzt keine gelbe karte gehabt wäre ich so hingegangen ach ach ja ach ich 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 das Boah. Ah. Flanke noch abgefangen. Ja, 0-2. Ja, torlos, aber trotzdem spannend. Vielleicht kann er ja das Ruder umreißen. Ja. 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 Na gut. So, Sanchez auf das Feld gekommen. Ganz wie bei uns. Biträuber. Wollte das schön machen. Ohne so. Wenn er den voll drauf hätt. Ja. 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 oder komm eigentlich Glück gehabt, weil das war letzter Mann Aber nicht so hot. Oh, der kriegt noch mal eine Verwarnung. Das ist mir jetzt zu heikel. Oh, der hat Zeit noch nicht so hoch. Da war er jetzt ganz alleine. Ja, lange hat es gebraucht, bis Hirn da gefallen ist. Das war jetzt wieder zu viel. Oh. 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 Ohne so hot zum zweiten. Ja. Das hat man sich jetzt selber verhaut. Das Tor geht eindeutig auf die Kappe der Verteidigung und des Torwartes. er hätte ihn haben müssen eigentlich glaube ich ja wenn er rausgeht muss er noch mehr was war denn das für ein rei spaß ja wer geht jetzt papa war nicht einmal so hier kann man nichts mehr machen ja kein roger ist sehr gut gearbeitet beide Tore vorgelegt das Spielfeld jetzt verlassen noch mit so einer leistung scheiße tschüss guys ja verdient geworden sage ich mal ja waris siegelt sich dein heim sieg hier das tut gut das jetzt ja spielweisend also nicht spielweisend sondern es zieht sich wie ein roter pfeil durch das das Nein, so weit vorgelegt. Ja, viel zu musik. Damit ist auch dieser... Ah, jetzt habe ich drückt. Beendet. Beendet. Ah, jetzt könnte ich wieder drücken. Ok. Na gut. Ok, das war jetzt krab. Na gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann noch dran. Ciao. Macht das gut.